Skites sind auch da und ich hol mal an die Schrotze weg. So eine richtige Party auf David. Mir hab so Ranzen weh. Ist furchtbar. Ranzen weh? Do it! Oh mein Gott. War auch weh von mir aus, mir war reißvoll ein Ranzen. Jupp, das war ein Fehl. What the shit? Was in der Luft? Auf. Naja, drei Kills gemacht, ist okay. Und der da hat eine Lipp runtergeschossen, ist auch okay. Wo bin ich denn jetzt? Warum kommt man nicht vorne an das Flugfeld einfacher ran? Das ist doch verhindert. Warte nochmal, Markus. Ja, machen. Ich will das gut ziehen. Willst du ziehen, Ducky? Weil du hast doch Dings, Endforcer, ne? Weil ich hab nicht genug Punkte für Endforcer. Ja, ich hab keinen gut ausgebauten Helmesser, oder? Warte mal, Brand drücken hab ich voll. Hab ich automatische Treppen, keine Ahnung. Und Schlägerei. Was, automatische Treppen? Treppen? Was, Schlägerei? Ja, na hier bei dem... Oh, da ist doch... Ja, mach mal. Den probieren wir aus. Endforcer Wärmesicht und Beziehungskapazität. Ja, oder? Wo sind wir denn hier? Hier ist immer. er hatte ich will ich habe mal was machst du da hat mich gerade verlegt Ok, warte, komm ich hier in Spawn-Zoom Und bin jetzt da Da ist ein Gegner Da oben hab ich aber keinen Winkel drauf Markus, komm hier! Ja, leck! Wer hat den gekriegt? Der lebt über uns Ich, aber ok Wir haben auf dem Korallenberg Spawn-Zoom Wer die Gegner oder wir? Komm noch ne Galaxy rein Oh ne Galaxy, kommt ja auch ne Galaxy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute getroppt Rechts Ok, nein, kommen wir nicht, da kommt noch ne Galaxy Jetzt, von uns Jetzt können wir verteidigen Boah Ach so Nein Wir nicht, die schon Oh, Lightning ist uncool Akkus, rechts, Lightning Wo? Rechts Ah, Straße Es ist cool, der Muni-Turm redet auch noch mit Galaxy ist da Mach der mal die Panzermänen vor uns weg Muni-Türmer und diese Flugzeuge dann vor Panzermänen, ok Sind schon weg Ich brauch Munition, kann mir jemand Munition hochbringen Auf dem Spawn Eine Galaxy ist da Schau mal weg, sonst ist das Ducky tot Da tat's du dir hoffentlich gleich wieder so Leid die hinter uns Links Nächste Galaxy ist weg, ich glaub alle Galaxy sind jetzt da Ja, klar Dann rutsch, dann rutsch, dann rutsch er mit um Der ist ein Eis gesichert Ja, und der ist ein Eis gesichert Ja, und der ist ein Eis gesichert Ja, und der ist ein Eis gesichert Die KFs hat eine Skites leaning Weintrechte Stutter Also Skites sind auch da, und ich hol mal an die Börse, äh, an die Schrotze wächst da Ja, die waren sie mir gelegt maximal erfolge sind hier aber hinter uns ist auch noch einer das war nicht ich meine den anderen unseren kumpel haben wir haben es dann direkt im sport bei uns aktiviert gott das sind sie aber hart am ich glaube ich kann mich jemand rappen ja level 100 weg der wird gerät sehr schön die man alle gerät hier habe ich das nicht weg mir schlitten aus der ja kommt mal jungs aber ich muss euch hier der bachkischen bringt nichts wir wissen aber nein haben die sandowatt sie kommen hier mit der halte sander aber ich mache ja ganz weg ganz frisch auf den 3d da ist heute war fort fort ich brauche den g in g ich habe jetzt für die ich habe mich schon gerettet erlaubt uns die bringt mich jetzt um ich bin ausgewickelt ja sind sie da hinten ja in g ich brauche in g immer noch in g lang mache ich jetzt mal brauchen sony reiter hätte bereit sieben kills habe jetzt gemacht leute es muss ja eigentlich mal reinhalten so schritt und leben ist okay es ist eine halte er kommt ja ja davon hätten wir kann leider immer das ich wusste dacke der hat tun ja ja aber von hinten werde ich fand das kommt er macht nicht weg als vorwürdig und leckern über amel und in den dort spiel ich in die kann ich mir nicht mehr mit anwöhnen ja 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 ich ja ich hier kämpfe und so aber er ist das wichtigste ist es dann wird das ist geil also dass die Dinger versteht für die doch aus dem bonus ist schon irgendwie ein bisschen okay finde ich halbpreis im nächsten alter das sind viel zu viele ich weiß mich schon wieder da ich habe jetzt geholt die drei habe ich noch geholt aber es ist mir vorbei naja alter what the fuck auroxium raketenwerfer frage ist ja nur ob sie jetzt die verstärkestation versuchen zu holen mach ihn fertig ja sicher alter jetzt wir haben einen der fannys geblättet na super wir haben die station verloren ne ich glaube ich glaube ich glaube ich bin tot aber leck mich im arsch das waren einfach zu viele uranus ja die skype war das problem ohne die hätte was geschafft er ist sie wird oder direkter stärker ach ich weiß nicht ist sie wird sehr aus der Dinger ich weiß ja nicht du musst ja auch das Ding verteidigen oder ne na gut execution sie wird sie wird jetzt auch sie wird weil es die die station haben es dauert ne weile ja gut ich krieg mir auch ne max naja wenn die so rein kriegt jetzt kommt der mit wenn die so rein dann haben sie es schnell doch ich kriege einen ng pass auf ich mach das nämlich anders ich bin ng für dich siehst du marcus ist auch elendiger verräter alter ich hab noch einen bock mehr oh mein gott alter ja ich bin positiver ich bin grad negativ geladen ja rolleck rolleck ich bin grad zurück ja ja hab's dir eigentlich schon ich hab's dir gewünscht wir haben das Gerät zu fahren ich bin auf jetzt bin ich wieder tot weil ich dumm bin ja das ist voll man jo 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 ich komm ja schon zu gut schön das sagt wenigstens einer wo und Chris wo Teamflay auf jeden Fall sind wir schon mit Sondra da und die ganze oh mein Gott der kommt von rechts äh was ist denn da 20.000 äh 20.000 20.000 20.000 äh 20.000 ich hab einen Sani nein da ist ne Versperrung ja das ist mir schon gläubes am Berg bis jetzt irgendeiner drin ok der ist tot gut da ist ein medic neben dir aber da will ich dich holen ja ich töte ihn Moment äh äh lip hat getroppt auf den stein gegenüber vom a-punkt da macht die lip äh mein ich ja galaxy so ja ne die lipduop ist nicht viel das ist ne MacRyder was Maggie ja vielleicht soll ich auf an die Fahrzeuge umrüste mhm kannste schon machen wo ist der MacRyder kommt oh ja ich wechsle auf an die Fahrzeuge wo ist der MacRyder wie du dran run man run nein 1 1 ok MacRyder ist down wat jo zu 4 der MacRyder wollte mich über mich rüberschweben und ich hab mich geduckt und schon wurde damit nicht überfahren das ist hart das hat